Nachgefragt beim Hauptstadtjournalisten Christian Füller, Horst Seehofer, ja, nicht mehr Parteichef, aber trotzdem noch Minister und ein neuer Parteichef und der Minister daneben und wie auch immer. Wie hat sich das Horst Seehofer zurecht gebastelt und vorgestellt aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass er sich einfach verrechnet hat diesmal. Ja, der Horst Seehofer hat jetzt seine politische Lebensversicherung weggegeben, weil die ganze Zeit hätte man ihn ja eigentlich schon entlassen können. Das konnte man aber deswegen nicht, weil wenn man den Innenminister Seehofer entlassen hätte wollen, also wenn Frau Merkel das hätte machen wollen, dann hätte sie mit dem Parteivorsitzenden der CSU Seehofer sprechen müssen auch und der hätte gesagt, nein, dann zerbricht die Koalition. Das war mehrfach der Fall. Das ist die schwere politische Krise, die wir hinter uns haben. In dem Moment, wo er kein Parteichef mehr ist, hat er auch kein Gewicht mehr. Es gibt nichts mehr, warum er ihn halten könnte und sollte. Und ich glaube, dass er auch aus Bayern einfach überhaupt keinen Rückhalt mehr hat. Wir haben das ja gesehen in dem Beitrag. Das war ein Scherbengericht, das über Herrn Seehofer in der CSU in seiner Anwesenheit gehalten wurde. Und man muss sich keine Sorgen machen, Markus Söder wird ihn sofort, sofort aus dem Wegräumen, politisch meine ich damit natürlich, weil es viel zu viel Störfeuer gibt. Letztes Beispiel, jüngstes Beispiel eben, das Kabinett wird in Bayern vorgestellt und Herr Seehofer benutzt diesen Moment, um wieder eine neue Meldung loszutreten und damit sozusagen Störfeuer nach Bayern zu senden. Die sind alle genervt. Also Sie rechnen damit, dass Markus Söder ihn da rausnimmt. Das halten wir mal fest und dann sprechen wir in ein paar Wochen nochmal oder ein paar Tagen. Wir werden es sehen. Wie wird das eigentlich gerade bei den Hauptstadtjournalisten diskutiert? Oder was hören Sie auch aus den verschiedenen Parteizentralen? So nach dem Motto, ein Glück, dass er geht oder dass er endlich geht. Wie sind die Kollegengespräche? Die sind gar nicht so viel anders als die Gespräche, die man sonst mit anderen Menschen hat. Das versteht eigentlich kaum mehr einer. Auch die Kollegen, die wirklich auch wichtige Leistungen, die Horst Seehofer ja politisch gebracht hat in seinen vielen Amtszeiten. Er hat viele verschiedene Funktionen gehabt und er ist natürlich ein toller Politiker, ein ausgebuffter Mann. Aber niemand hat es mehr so richtig verstanden, was da eigentlich läuft. Es ist eigentlich sowas wie ein persönlicher Rachefeldzug. Sowas kann man nicht mehr mit politischen Kategorien eigentlich einordnen. Es ist ja am Ende auch nicht mehr nur eine politische Frage, ob dieser Mann als Innenminister, als Bauminister oder als Integrationsminister, das ist er ja alles, sozusagen eigentlich gar nicht mehr in Erscheinung tritt. Sondern es ist ja auch eine Frage der, ich sag mal, eine moralische, eine ethische Frage für die Republik. Wie will man denn eigentlich Kindern erklären, dass sie nicht die ganze Zeit Unsinn reden und Flipflop machen bei irgendwelchen Entscheidungen und alles wieder zurücknehmen? Wie will man denn eigentlich sozusagen solche Gespräche führen, wenn man ein Vorbild Seehofer hat, der in den Umfragen, in den Gesprächen, in den Medien heute eigentlich nur noch, das ist ein einziger Sportminister. Jetzt setzen wir mal einen Punkt an dieser Stelle. Wir müssen mal noch über die AfD reden und diese Parteispende aus der Schweiz. Jetzt 130.000 Euro, dann nach einem halben Jahr erst zurückgezahlt. Alice Weidel ist die Spitzenkandidatin dieses Kreises, des Wahlkreises von der AfD, die diese Spende bekommen haben. Das entwickelt sich noch, oder? Da ist noch ziemlich viel Luft drin und ziemlich viel Dampf wahrscheinlich eher. Genau, also ich meine, wir wissen ja jetzt schon eine ganze Menge. Wir wissen als allererstes mal, dass die AfD im Schnelldurchlauf zu einer, wie sie es selber nennen würde, Altpartei geworden ist. Also sie geht mit Parteispenden so um, wie wir das vor knapp 20 Jahren durch Helmut Kohl eben erlebt haben. Es werden Parteispenden nicht deklariert, es werden Parteispenden nicht abgegeben. Parteispenden werden gar nicht von dem gegeben, der sie überweist, sondern es gibt Hintermänner. Das ist, was die AfD da hat, nicht einfach eine lästliche Sünde, sondern das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das Parteiengesetz. Und zwar gleich sozusagen mehrfach illegal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie Frau Weidel da rauskommen will. Denn es geht ja nicht nur darum, dass dieses Geld gar nicht hätte angenommen werden dürfen, dass man es sofort hätte zurücküberweisen müssen, dass man es dann der Bundestagsverwaltung hätte anzeigen müssen. Frau Weidel hat ja dieses Geld benutzt. Und sie hat es benutzt, wie man lesen kann, um politische Meinungsbildung zu treiben. Das heißt, sie hat sich Geld von jemandem geben lassen, hat es nicht deklariert und hat es aber innerhalb des Wahlkampfs zur Meinungsmache benutzt. Also das ist wirklich schwer zu erklären. Ja, man muss das Gesetz ja nur lesen. Dann kann man es auch in Anwendung bringen. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, oder? Kurz noch zum Schluss. Ja, das gilt für Sie, Herr Kuhle, und das gilt für mich. Und offensichtlich denkt Frau Weidel und die AfD, auch Herr Gauland, was er da jetzt sagt, zeigt ja, dass Sie das eigentlich gar nicht verstanden haben, dass es nicht möglich ist, in einer Demokratie aus irgendwelchen Kanälen Geld zu nehmen und dann Interessen zu vertreten, wo man nicht genau weiß, wessen Interessen das sind. Die AfD ist an dieser Stelle so, dass man sagen muss, wir müssen eigentlich nur ein bisschen abwarten. Rechte Parteien zerlegen sich ja oft in den Parlamenten ganz schnell. Das konnte man hier eigentlich auch mal machen. Das tun wir gemeinsam. Für heute sage ich Dankeschön. Christian Füller nach Berlin. Bitte, tschüss. Ciao.